Anfang und das Spiel ist bis jetzt sehr offen, also da bleiben keine Wünsche offen. Kann natürlich auf der einen Seite völlig frei spielen, hat hier absolut nichts zu verlieren, aber viele bekommen dann doch einen schweren Arm, wenn so viele tausende von Zuschauern da ringsrum sind und die Nummer 1 auf der anderen Seite steht. Also drücken wir die Daumen, dass sie sich hier gut verkauft. Klasse, Ballgefühl hat sie. Ja, wenn die Sander natürlich unter Druck kommt und die Bälle... Habt ihr mit Sandra da im Vorfeld ein bisschen reden können über die Partie? Über die Partie, ne, ich denke da wird sie sich mit Emilio drüber unterhalten haben und, also ich persönlich hab mit ihr nicht drüber gesprochen. Aber ich denke Martina ist ja allseits bekannt und Stärken und Schwächen sind glaube ich auch schon oft genug gesprochen worden. Ja, sie weht sich nach Kräften, aber irgendwann ist sie dann doch zu kurz. Ah, bisschen Stopp mit Ansage. Ja, deswegen wird sie auf der Seite immer den Kürzeren ziehen. Ja, das war dann der erste Satz, aber Markus, sie hat sich gut verkauft, die Sanderkürze. Ja, mehr als respektabler erster Satz, das war glaube ich mehr als jeder von ihr erwarten konnte. Sie ist wie gesagt gut ins Spiel reingekommen, hat es fortgesetzt. Ja, das war fantastisch. Also das war eigentlich die konsequente Fortsetzung von den Leistungen, die sie in den ersten zwei Runden hier gebracht hat. Sie hat auch in den letzten Wochen schon wirklich gute Spiele gemacht, hat auch ein sehr gutes Match gegen Devenport gespielt, das sie dann leider knapp verloren hat. Ja, das war dann sicher chancenlos. Ja, klasse. Nachdem der hingeht, ist es ja auch. Es muss sich selbstvertrauen geben wie ein Sieg gegen eine Spielerin, die irgendwo in der Nähe der eigenen Rangliste steht. Und deswegen, das sollte einfach das Ziel sein, hier ein gutes Match zu setzen. Ja, das war wieder eins. Jetzt ist dieser Fragi ja schon angesch... Jetzt kannst du die Chance für Higgis. Klasse gespielt von der Schweizerin. Lange geschätzt, verliert in zwei gegen Mary Jo Fernandez. Ja, Mary Jo spielt eigentlich jedes Jahr gut hier bei den US Open bei ihren Turnieren zu Hause und war von vornherein ausgeglichenes Match, würde ich sagen. Das ist ein Finale gegen Daniel Essner. Das war eben so eine Rückkant, sie ist dem Ball ein Meter entgegengegangen, ins Feld rein, ist voll durchgegangen und das ist sehr gut. Das ist aber nicht die Regel, weil ihr mal rückkant. Ja, da sieht man die ganze Cleverness der Martina... Ich glaube, da sagt man die Higgis, wie ich bin, 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 ich bin... Vielen Dank. Und sie spielt das jetzt ganz ruhig zu Ende. Ja, macht doch kaum noch Fehler. Ja. Jetzt läuft's bei der Weltanlisten. Er war gar nicht schlecht, dieser Angriff ist bald. Super! Aber hier mal hat gesehen, wie gut die Vorhand ist, wie viel sie mit der Vorhand machen kann. Und wenn die Beinarbeit dazu passt, dann ist sie unglaublich gefährlich auf der Seite. A la Bolle! A la Bolle! A la Bolle! Und wenn er die richtigen Turniere spielt, wird das auch Stück für Stück nach vorne gehen. Und das war's dann. Nach einer Stunde und einer Minute, Spielzeit setzt sich Martina Hingis wie erwartet durch. Aber ich glaube, wir können wirklich sagen, das war eine klasse Partie insgesamt von Sandra Klößl, die natürlich immer unter Druck war.